Die Regionalliga Westen, alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land reisen. Und los geht's. Schalke mit Anstoß in blau-weiß von links nach rechts. Alemannia Aachen in gelb und schwarz von rechts nach links. Mittlerweile, man hat da im Winter ja noch mal ein wenig den Feinschliff betrieben dabei für den backhausschen Fußball. Und das ist das 1-0 für die Alemannia. Und Basti Müller hat das Fußballspielen und das Toreschießen für sich entdeckt. Versuchen wir noch mal. Sehen wir nur noch den Jubel. Aktuell wären es drei Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger. Aber jetzt die Möglichkeit für die Schalke auszugleichen der Ausgleich. Und da wollten wir euch gleich einmal noch das Replay zum 0 zu 1 einfügen und können jetzt auf den Ausgleich umschalten. Der Ballgewinn im Mittelfeld und dann schalten sie ganz, ganz schnell um. Die Aachener hinten ein wenig aufgelöst. Und dann ist es Yusuf Kabadayi. Die Aachener müssten jetzt mit diesem Führungstreffer durch Nils Winter Sicherheit bekommen. Nils Winter sah ich schon. Basti Müller und hei, 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 hei. Ja, den Job gekostet hat. Kurz nach der Partie, beziehungsweise am nächsten Tag. Jetzt gucken wir erstmal darauf, ob hier nicht vielleicht sogar das 2 zu 1 fällt. Und der Trudel durch, Wilms. Zweiter Versuch. Jetzt gucken wir uns die nächste Ecke an, direkt zweite in Folge. Auch die wieder scharf rein. Über die rechte Seite kommt. Und das 2 zu 1 macht, wie geht der denn rein? Anton Heinz. Der muss die Dinger ja wirklich nur noch aufs Tor bringen. Chippt da die Flanke einfach irgendwie halbgar in den Strafraum rein. Da kannst du Butterbrot hinterher werfen. Die nächste Möglichkeit, das 2 zu 2. Was für ein wildes Spiel hier. Super durchgelassen von Baluk. Und dann macht Niklas Kastelle das ganz, ganz stark. Wieder Müller, wieder scharf. Anton Heinz steht parat. Der macht das direkt. Und der marschiert jetzt. Backert. Wunderbarer Solo-Lauf. Und Paris hat den. Und Albutat gegen Töpken. Zweiter Anlauf. Müller. Schippt den wieder rein. Und Anton Heinz hat es auf dem Fuß. Zeit ist abgelaufen. Winter. Paris fliegt vorbei. Und dann gibt es den Elfmeterpfiff. Es gibt den Elfmeterpfiff in der 98. Minute. Winter mit dem Flankenball. Was macht der Cissé denn da? Mucks Mäuschen. Still ist es im Parkstadion. Prasnitsch tritt an. Und jagt ihn rein. 3 zu 2 Aachen. Wunderbarer Sonstitut. 4 zu 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 5. 3. 4. Bye, bye, bye. Ja Leute das first time. Wie ist das jetzt hier, was ist hier? Playlists. Ja ok und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Ja, alles gut.